also ich schwöre euch mal ans die deko machen für so ein scheiß video ist ein wahnsinn jetzt habe ich gerade mein faltmatrat seinerzeit vom wohnzimmer im schlafzimmer kann man jetzt sehen dass das schlafzimmer ist aber das ist eine ecke des schlafzimmers und jetzt möchte ich in der ecken möchte ein video machen bzw eher ein musikvideo das musikvideo heißt blue moon hat nicht viel text ist im wiener dialekt egal so jetzt habe ich diese faltmatratze eine zeit und jetzt möchte die aufkloppen dass ein bisserl dunkel ausschaut finster düster weil der jenige singt den blauen mond und ja genau der text geht so blumen du bist mein lebenssohn gescheißene radio das ist mir das wieder umfohlen das faltbett so die wühle steh 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 das reinste also beim buddern war das ein stopp noch oder ein unfahler oder totale versager schau das ist niedergesagt dabei habe ich eine schachtel noch das könnt ihr nicht sehen ein riesen schachtel wo ich das reinstecken kann das untere ent von der volle vergröße das gibt das ist ja ein dreck ich bin es braucht ja nur es braucht ja nur ein paar minuten so stehen bleiben so das ist einmal das ganz vorsichtig zack 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 warte so ich darf es ein bisschen mehr da fällt jetzt wieder eine viere das ist das ist gigantisch die technik wie das dass das stehen bleibt das gibt es noch nicht da geht schon die lupe aus und die kraft zuerst ist das so schön gestaunt jetzt einmal steht es wieder nicht das gibt es nicht das dauert man es lange nicht so das zweite was ich brauche ich ganz klar da ist da da ist der blaue mond das soll der blaue mond sein was ich besiegen ja das ist der blaue mond dann ja und da habe ich natürlich dass ich da habe ich ein nagel reingekaut da und da vielleicht können sie es das sehen da habe ich ein nagel reingekaut wenn sie diesen trauligen mond diesen trauligen mond möchte da aufhängen weil ich natürlich keine schnur habe oder einen garn oder ein spagat wie man dazu auch sagen soll habe ich mir da so vier vier so vier blaue gummiringen da aus dem kucheltisch raus gesucht zufällig habe ich es gefunden also die blaue farbe ist ähnlich wie der des blauen mondes die gummiringen farbe die blaue ich lasse das schön da sollte der lange rede kurzer sinn jetzt muss ich jetzt sehe ich das jetzt sehe ich das über den über den schäuel das gummipandl ja so schaut das wird schon hängen aber sicher jetzt hänge ich das einmal da auf schau jetzt hänge ich das da auf ja aber er muss an mich anschauen weil wenn ich ihm ansehen im blauen mond also im blöden mond soll er mich sehen aber zugleich nicht nur ich er sondern die zuschauer das heißt es muss immer so ein bisschen halb abgewinkelt soll der blickkontakt zwischen zuschauer mir und dem mond hergestellt sein gefällt mir nicht ganz er schaut mir ein bisschen zu direkt an nicht so mich anschauen nicht mich ausschauen du musst ein bissel die zuschauer ein bissel beäugen so weit gehen wir mal anders das ist mir ein bisschen zu unsicher ich muss er im blauen mond auf jeden fall zweites gummiringerl verpassen schau geh leck jetzt jetzt fällt einmal ganz ausse nein es ist ein schlawiner es ist ein der ist die kleine bell da es ist die blöde sauer das gibt es ja nicht jetzt bleib sitzen in der schaukel der gummiringerl schaukel schau wie schön du schaukeln kannst ich glaube jetzt ist nicht schlecht oder jetzt schaut er euch auch an warte ich muss mir das ja anschauen ich sehe das nicht wo bin ich drauf drauf guckt ja und sich damit schön ja oh ja gut ist das ja schön guckt ein bisschen ja schau wie schön der schaut schau wie lieb der schaut schau wie lieb der schaut schau wie lieb der trautl der was ein bisschen in wird ok alle video g ciao servus pieter